Der FC Köln erlebt in der Bundesliga einen komplizierten Saisonstart. Einige bereits bekannte Probleme sind gemeinsam mit den Geißbücken abgestiegen. Die mitgereisten Fans des FC Köln bewiesen mal wieder Gespür. Wer gedacht hätte, der Mannschaft würde nach dem Ernüchternden bei der SV Aversberg schon früh in der Saison Unmut entgegenschlagen, sah sich am Samstagnachmittag getäuscht. Dem Absteiger wird zumindest abseits der digitalen Kommentarspalten die Zeit gegeben, die offenbar notwendig ist, um in der Bundesliga anzukommen. Die ersten beiden Spielteile gegen den Hamburger SV und das Unentschieden bei Underdog Aversberg legen den Verdacht nahe, dass die Geißbücke in ihrer Entwicklung unter Neutrainer Gerhard Struber nicht so weit sind, wie es die Saisonvorbereitung suggeriert hatte. Es scheint, als habe der FC doch mehr Probleme als erhofft aus dem Oberhaus mit in die Liga genommen. Keine Effizienz, aber individuelle Aussetzer. So mangelt es weiterhin an Kaltschmerzigkeit. 49 Torschüsse hat der FC bisher abgegeben mit Abstand die meisten der 18 Zweitligisten. Dennoch gelangen nur drei Treffer und noch kein Sieg. In Aversberg hätten die Kölner in Halbzeit eins mindestens dreimal zuschlagen und somit schon alles klar machen müssen. Bereits in der Abstiegssaison war die Effizienz ein Hauptproblem gewesen, mit den elfmeisten Schüssen der Bundesliga hatte der FC die wenigsten Tore erzielt. Gegentreffer wiederum kassiert Köln auch im Unterhaus viel zu einfach. Ob der Patzer von Torhüter Jonas Orbig gegen Hamburg oder der kollektive Tiefschlaf zu Beginn der zweiten Halbzeit in Aversberg, es bedürfte in den ersten beiden Liga-Wochen nicht viel, um gegen den FC zu treffen. Obwohl die individuelle Qualität, zumindest auf dem Papier, vorhanden ist. Am Samstag zeigte die Mannschaft zwar Moral, holte einen Punkt nach Rückstand, doch gleichzeitig mangelte es ihr an Widerstandsfähigkeit. Als Eldersberg mit dem Fußballspielen begann, das Tempo anzog, brannte es plötzlich lichterloh. Nach dem 1 zu 1 brach das FC-Spiel lange Zeit völlig zusammen trotz einer überlegenen ersten Halbzeit und dem Wissen, dass man diesen Gegner durchaus dominieren kann. Der FC Köln und der Knoten Dies zeigt, der FC hat auch sein Kopfproblem mit in die zweiten Sliga genommen. Das Selbstvertrauen, das im ungeschlagenen Testspiel-Sommer zurückzukehren schien, ist weiterhin fragil und leicht zu erschüttern. Struber wird folglich fortlaufend an der mentalen Stabilität arbeiten müssen. Doch gewiss ist es auch das gute Recht des Trainers, die positiven Phasen seiner Burschen in den Vordergrund zu stellen. Mit den Leistungen an sich könne er sehr, sehr gut leben, sagte der Österreicher in Elversberg. Sowohl gegen die Saarländer als auch gegen den HSV war seine Mannschaft spielerisch überlegen. Das lässt die Fantasie zu, dass der FC mit Geduld tatsächlich zu einem Spitzenteam der Liga werden kann, wenn denn der berüchtigte Knoten platzt. Wobei die vergangene Saison gezeigt hat, dass Knoten nicht automatisch platzen, dass man sie durch das komplette Jahr tragen kann und letztlich nur sämtliche Ziele und Träume platzen. Für Ramst und Panik rund um den FC Köln ist es nach einem Punkt aus zwei Spielen definitiv zu früh, Wachsamkeit aber ist gefragt.